Seid ihr bereit für die erste F1-24 Runde? Wie clean du da rausgestiegen bist? Alles Übung. Die Leute wissen nicht, dass ich die letzten Monate richtig viel Offstream gefahren bin. Habe immer in meiner Team Karriere gezockt. Das Problem ist, das bringt mir alles gar nichts, weil sich Formel 1-24 ganz anders spielen lässt als Formel 1-23. Das heißt, ich werde richtig, richtig scheiße sein. Seid ihr bereit, Chat! Einzel in Chat, wenn ihr bereit seid! Mein erstes Qualifolgen in F1-24. Ich kann nicht... Wow. Ich kann nicht schalten! Ey! Ich kann nicht Gas geben! Ich kann nicht schalten! Och, Mann! Ey! Oh, nein! Och, Bruder! Was ist denn jetzt los? Jawohl! Guck dir das an, was da eigentlich für eine Qualität... Was da eigentlich für eine Qualität vorhanden ist. Boah, okay, gar keine Qualität da! Ach, du Scheiße! Warum ist Überholen auf Viereck? Ey, das ist scheiße! Warum ist Überholen auf Viereck? Ich weiß es nicht. Ey, Motz, ich weiß nicht. Was habt ihr für eine Wette gemacht? Komm, Broski, Robert und Bart und die Punkte. Ah, es wird schwer. Es wird so krachen. Erstes Formel-1-Rennen. Ah! Oh Gott! Was geht jetzt ab? Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! Oh Gott! Ganz vorsichtig! Ganz vorsichtig! Ganz vorsichtig! Ganz vorsichtig! Ganz vorsichtig! Ganz vorsichtig! Ja, ja, ja! Guck sie an! Eieiei, hier ist Wilder Westen! Hier ist Wilder Westen! Hier hinten! Hier ist ganz krasser Bild der Westen! Ja, passt! 16! 15! Ja, wir arbeiten uns nach vorne! Passt! Von jetzt! Die Bladdisda vor mir! Ein Platz noch! Ой, oi, 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 oi! Nichts passiert. Oh, oh! Fast rausgedreht. Ah, sieht gut aus! Sieht gut aus! P9 Warum ist die Cam aus? Die Cam ist überhitzt GGs war aber ein geiles Rennen P9-Chat, sag ich, kann man mitarbeiten Ich bin Fahrer des Tages geworden In meinem ersten Rennen Oh Gott, und jetzt Belgien Alle auf Weiter drücken und rein da Hab auf Top 5 gewettet, ich will was sehen Als ob die Mots eine Top 5 Wette gemacht haben Was ist mit euch los? Spa fährt sich komplett anders als in F1-24 Perfekt, perfekt Und ihr macht eine Top 5 Wette Und ich fahr die Strecke zum ersten Mal Oh Gott, oh Gott Muss man da jetzt downshiften, oder was? Alter, bin ich schnell Oh ja, ich merk's Ich merk's Oh, da ist ein Kiesbett Ja, es ist anders Es ist alles anders Scheiße, Einsatzlimit Keine Energie mehr Oh Gott P4 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 Für die Believer Für die Believer Für die Believer Wir sind da, Chat Wir sind da Was haben wir für eine Wette? Komm, Bros, gehen die Top 3 Oh 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 Ist ein bisschen Druck jetzt da Ist ein bisschen Druck jetzt da Scheiße, ich hab Angst Dass beim Start schon alles vorbei ist Ich werd so vorsichtig fahren Oh Jungs Lass uns das da vorne Fair lösen, okay? Wir lösen das fair Wir lösen das fair Wir lösen das fair Oh Gott, es gibt Tote Oh, bin ich schnell Oh, bin ich schnell Ich bin eine Rakete Was war das denn für ein Qualm? Warum qualmt der so? Also hier weiß ich ja gar nicht Wie ich die Kurve nehmen soll Da hab ich gar keinen Plan Oh oh Ich hab Angst Ja, aber okay Ich komme Tempo Ah ne, ich steck zurück Die ist schwierig Oh, Kies Ich hab das Podium im Blick Digga, also Die Kurve check ich ja gar nicht Okay, komm schon Mit DRS Das sollte gehen Das sollte gehen Let's go P3 Oh, die battlen sich Schön Dann krieg ich vielleicht gleich DRS Das wär Weltklasse Hab bisschen ERS gespart Zieh Junge Zieh Junge Ich krieg DRS Digga, dieser Kurve macht mich behindert Oh Ab ins Kies mit dir, Bruder Oh, feite ich da? Ich feite Ich feite Ich feite Ich feite Ich feite Ich feite Oh, nee, das war nix Wieder im Kies Muss einfach nur im DRS bleiben Dann ist alles gut Ja, sehr schön Ich spare mein ERS Der vor mir blinkt Das heißt, der hat auch unter 20% Und guck mal, wie ich mit Wie ich auf der Geraden Wie ich da am Saugen bin Guckst du dir an, wie ich am Saugen bin Der hinter mir ist aus dem DRS raus Oh, ich weiß, ich glaub der hinter mir hat doch noch DRS bekommen Und jetzt zieh, 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 zieh Zieh Hinten einmal angedockt Zieh Aber da weiß ich nicht, ob man da zweimal downshiftet, aber abgeklappt Abgeklappt. Forza Ferrari! Forza Ferrari! P2! Wir sind so da! Wir sind so da, Chat! Wo sind die Hater? Wo sind die Hater? Ich war nie weg. Ich bin nie weg gewesen. 26% haben beliebt, weil ihr Macher seid. Gaming-Haus hat sich 190.000 Brösels geholt, weil du ein Macher bist. Weil du ein Macher bist, Junge. Weil du ein Macher bist. Ich glaube, es kommt wirklich... Ah! Viva Las Vegas! Boah, ich kann die Strecke gar nicht. Die konnte ich schon in F1-23 nicht. Wie soll denn das jetzt in F1-24 werden? Oh, scheiße. Oh Gott, es wird so krachen. Es wird so krachen. Ja, aber okay. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ja, so viel zum Thema vorsichtig. Das war ein alternatives Schrecken-Layout. Egal, jetzt kommt der Topspeed. Und gib ihm. Ich bin Purple-2. Sektor gefahren. Zieh, Junge! An die Wand getitscht. P4! P4! Purple-Sektor mit Umleitung. Hahahaha! Ey, aber P4! Ich nimm's, ich nimm's, ich nimm's, ich nimm's. Alter! 25.000. zum Dritten. Und Robert direkt hinter mir. Oh, scheiße. Hier innen starten ist ganz undankbar. Ganz undankbar da innen starten. Oh, scheiße. Es wird Tote geben. Ich bleib' innen. Alles gut. Alles gut. Gelbe Flagge hinten. Einfach keinen Schaden kriegen. Oh, nein! Nein, du! Mann, du Florian, du! Oh, ja, weiß ich! Ja, müssen wir jetzt durch. Oh, Florian! Tschüss! Robert! Oh! Oh, mein Flügel ist ja so im Arsch. Mein Flügel ist ja so im Arsch. Ich hab so dicke Probleme. Ja, Robert wird mich gleich fressen. Oh, Gott, der Flügel. Kann ich da ein bisschen was machen mit ERS? Scheiße, ist der schnell. Scheiße, saugt der. Oh, Gott! Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott! Ach, du Scheiße. Na, jetzt wird's Tote geben. Jetzt wird's Tote geben. Ja, mit drei Leuten da in die Kurve, Männer. Ist ne Scheiß-Idee, sag ich euch jetzt schon mal. Oh, alternatives Layout. Ein paar zusammeln Blinken gewesen. Scheiße. Egal. Ich bleib' jetzt erstmal mit dem DRS einfach hinten dran. Ja, ich glaub' ich zieh' ihn sogar. Digga, der Slipstream. Ach, du Scheiße. Und jetzt kommt erst DRS. Lol. Sehr schön. Oh, Bartow wieder. Bartow wird wieder drücken. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir sind auf P3. Ja, jetzt gleich nicht mehr. Ich hab'n Blackscreen. Ich hab'n Blackscreen. Digga! Nichts passiert. Egal, wir haben DRS, wir kommen wieder dran. Und dann kriegen wir gleich nochmal DRS auf der langen Gerade. Die muss ich jetzt gut nehmen. Ah, Scheiße mach' ich. Oh, Bartow! Oh, oh! Und der hat's Meter machen. Und der zieh' ich ihn. Und der zieh' ich ihm seine Höschen aus. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott. Ich mach' außen zu. Faires Ding. Aber ich hab' noch ERS. Ich hab' noch ERS gespart! Ich hab' noch ERS gespart! Zieh' ihn! Ja! Weil ich ein Macher bin! P3! Wo ist mein Vertrag? Bei Ferrari. Wo ist mein Vertrag? Wo ist mein Vertrag? Weil ich auf dieses Podium hingehöre. Mein Platz ist dort. Versteht ihr, was ich meine? Mein Platz ist da auf dem Podium. Da gehöre ich hin. Wenn's in Abu Dhabi Regen gibt, alles gesehen. Nein, da regnet's nicht. Oh, geht denn, Junge. Oh, geht denn, Junge? Oh, geht denn, Junge? Oh, geht denn, Junge? Oh, geht denn, Junge? Und aktuell auf A2. Ja. T floating. Ja. 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 Oh, ganz knapp, glaube ich, an P2. P3 ist big. P3 ist big, Chat. Es sind 24.000 auf dem Fixateur. Bloody Star auf der 12, Bartow auf der 9. Pusht euch, Männer. Pusht euch. Männer, ich sage ehrlich, ich greife an. Ich greife an. Zwei Optionen. Rennsieg oder Tote. Rennsieg oder Tote. Let's go. So, ich muss einfach im DRS bleiben. Einfach im DRS bleiben. Oh, hat der Schaden gekriegt vorne? Das ist wieder so weit ausgekommen. Der mittleren stresst mich. Okay, komm schon, das ist ja nicht. Nein, fliegt es bald raus. Ich muss in dem Scheiß DRS bleiben. Ich brauche DRS. Ich brauche DRS. Ich habe keinen DRS. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Mein Podium. Das war's mit dem Podium. Das war's komplett. Alles klar, ja, alles klar, Bruder. Alles klar. Nee, machen wir so. Ein bisschen Autoscooter. Okay. Oh, der Flügel ist im Arsch. Ah, P4. Ah, Mann. Scheiße, ich habe zu viel gewollt. Ich habe mein Pulver in den ersten Runden zu sehr verschossen. Ich habe mein Pulver zu krass verschossen. Oh, Bloody Star DNF. Scheiße. Ey, das hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön für den geilen Stream. Ich ziehe jetzt durch. Das war richtig geil, Mann. Tschüss. große Stband. Iya. Wir wollen gleich gut ci achten.